Okay, nochmal. 3, 2, 1, go! Ich hab noch keins. Jetzt hab ich alles. Morgen geht der nervische Tag los, oder? Ja. So könnte man das sagen. Da hilft nur Alkohol. Na ja. Der lebt schon lange hier. Der lebt noch bei mir. Oh jetzt. Ich hab Nussi in meinem Team. Und ne Gegner-Team ist Patrios. Und Schneidi. Ich hab Nussi im Team. Und Kalli, hey. Schneidi bei mir, hey. Schneidi, was geht? Ich hab Nussi im Team. Ja, Schneidi und Kalli im Gegner-Team. Wir haben TX1. Ich bin Top-Schiff gegen die Yamato. Über Nevermind steh ich wollte ne Gegner-Team, okay? Ist das WoW-Account drüben? TX1. Oh, weiß ich nicht. Ich bin nicht schwul. Oh, die Karte ist auch okay. Ach, guck mal Schneidi. Ja, wunderbar. Erstmal hier durchmelgen. Ja, oder gab's sie? Auch einer TX1. Was, was fällt ein Pick-Optiker? Fert ein Haarland. Gar kein Boss. Oh, die haben auch Gegensucht. TX1 bei uns ist ne Libby. Und drüben ist auch einer von TX1. Ah, tatsächlich. Hä? Wir haben garantiert ne schlechteren TX1. Und lustig fällt gleich drauf. Ich sag mal, was habt ihr denn drüben? U-Boot, Alter. Ja, das war wieder ne coole Runde mit der Stallingrad. 270.000. Ordentlich. Aber nie auf der Karte. Das ist ja gar nicht möglich. Die Idee ist ja unten U-Boot. Schon duller. Aber immerhin kein CV. Schau. Schon mal viel wert. Guck mal, guck mal, wie sie sich hier schon wieder alle sammeln in der Traube, ey. Also bis jetzt bin ich noch komplett zu und ich hab's Cap drinnen. Ja. Äh, RPF kommt von der Seite. Jetzt geordnet. Kommt die nicht her, jetzt kommt die alle hier rüber gefahren, Alter. Das ist, ne, das ist nie gut. Ey, Stallingrad. Oh, ich hab was getroffen. Linke Set ganz rechts. Der Flick-Torpedo. Wir gleich in C reinfahren den Moment, theoretisch. Ne. Oh, der hat abgedreht. Yes. Oh, der hat abgedreht. Ah, jetzt ist er drin. Hm? Ich weiß sogar. Hm, fahren nicht so weit vor. Ich bin auch offen, ja. Ich bin auch offen, ja. Ey, Pickup. Grüße dich. Ah, ne andere Haaland. Okay. Ah, ne andere Haaland. Ach du ein Glück, Junge. Ja, guck mal hier, als er ankommt. War kein Problem. Nehmen. Referier doch mal deinen Ruderpicker. Ah, guck mal, jetzt ist es überhaupt zu sich. Warte, kurz jetzt bereit drehen. Und gleich will ich zu. Ich frag mich grad, wie klug es ist. Ne, ich fahr hier nicht rein. Da ist irgendwie eine schwule Kase von euch. Ditto. Oh Gott. Da ist Haaland zu Haaland. Ja, ja, sorry, sorry, aber. Ich fahr jetzt wieder rein, langsam. Vielleicht trifft sie ein Tor ab. Ich weiß es nicht. Oh. 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 18k. Löt sich doch eure schwule Vermont. Sorry. Hi. Kein Problem. Ich hab Bruder gemütlich auslaufen lassen. Ach guck mal, die Schima ist rausgefahren. Ne. Du siehst. Doch. Das Smok meine ich. Ach so, ja, das kann sein. Ich weiß ich nicht. Ich muss das Schiff bisschen trainieren hier. Mederinis. Zitat otro. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. fato worden. Ich weiß nicht. dissect ihn. Governor înmpregen muut vliegt. Manst showing fest. Ich weiß nicht. Wir stehen jetzt hier. Wilbur Ble мне númeroirsiniz. Seven meter meter. Ich weiß nicht. Das steht jetzt hier. Das steht? Es steht alles. was nicht mehr vers bauen.. några dahinter. veyfluiegen zu sein. Ja seit jetzt zu bewaren. Was ist denn da? Von wem denn? Was ist doch da? Das ist wie ein Kaser, glaube ich. Ah, das ist seitlich, ja. Das ist wie ein Käser. Weiß ich in Halland-Hopps? Nee, noch nicht. Glück gehabt. Auf Stalingrad. Ich bin halt ultra schlecht hier, diese Situation. Ja, dann nehme ich die Tops und ciao. Ich bin halt schwierig. Ciao. Fuck. Das ist halt einfach durchfangen kann zwischen die Berge. Das ist halt... Endlich brennt diese Kack-Vermont mal, ey. 700 Mal schon drauf geschossen. Und es passiert nothing. Mecklenburg. Wo ist denn dieser Pika? Wo ist denn der Pika? Wo ist denn der Pika? Will ich jetzt wegmachen? Dass ich wieder zurückkommt ist. Oh, nee, hier. Da kommt er immer noch rein. Ey, Pika, grüße dich. Schade. Das wäre ein schöner Kammer gewesen, wenn... Oh, jetzt war ich schnell weg, ja. Da sind doch bestimmt Schmuchtel-Tops hier. Zack. Das ist ja nicht gehydrot. Wer ist denn noch hier? Die Z gehydrot sich gerade. Alter. Eure Vermont auch ein bisschen lost in Space. Nein, 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 eigentlich. Anstatt dass sie mal rüber Richtung B fährt, oder irgendwie zur Mitte der Karte, sie haut doch komplett Richtung Webrand ab. Sie hat doch gleich gar keine... gar keine Fläche mehr am Abzahnen. Hallo, Giamato. I have some HE for you. Hm? Ich bin jetzt kein neuernd Schöpferanz. auch ja marco bietet sich so schön an kein Könnte weh tun. Ja. Ja. Schnell weg. Ciao Yamato. Next one. Wo ist denn die Haaland? Die ist auch schon weg. Oh, das könnte lecker enden für die Marseille. Das wird schon mal sein, oder? Ah, guck sie! Hast du noch einen Fotzner, oder? Ja, schon ein bisschen. Das war jetzt seit 20.000 gefressen und eine Zita. Die hätte auch ruhig mehr drin sein können.